Hätte ich gewusst, dass extra stark so schwer ist, hätte ich normal verlangt. Das wird hier das Grauen. Jack, versuch dein Bestes. Vor allem, man kann halt nicht nach hinten gucken. Ja, übelster Abfuck. Da musst du dann immer so laufen, weißt du. Okay, komm, weiter, weiter, weiter. Ja, so ist schön. Kriecher! Na, so ein Mist, die Tür ist versiegelt. Jack, dein Aufenthalt! Hau die einfach weg, das ist am besten. Jo. Das ist alles. Also schlagen geht hier in dem Moment am besten irgendwie, ich weiß auch nicht warum. So. Na, noch einer. Ah, okay. Jetzt können wir weiter. Moment, ich muss nach hinten. Hinter mir ist nämlich einer. So. So. So, komm, geh. Lauf, 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 lauf. Okay. Nicht stehen bleiben. Sag mal, wieso lauf ich eigentlich schneller als du? Keine Ahnung. Ah, jetzt geht's. Gleich müssen. Hier sind noch mehr. Komm! Jawohl! Auf die Knie! Her damit! Deiner ist irgendwie schwächer als meiner. Oh, bis jetzt lief's ja ganz gut. Ja, jetzt läuft's. Willkommen zurück. Können Sie sich jetzt korrekt ausweisen? Ja. Oh ja. Das hier wird dich sicher überzeugen. Glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Also, wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Ja. Beim Geilen, er aktiviert das Ding und bleibt erst mal noch still. Nö. Zack. Zugang genehmigt. Treten Sie ein. Zugang genehmigt. Muss man Bär lassen, er leistet ganze Arbeit. Das sieht hier hinten ganz anders aus. Willkommen in der New Hope Forschung. Weil. Ab. Ich bin 9. Ja. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen helfen kann. Ab der Stelle, die ich meine, ist nämlich ein perfekter Cliffhanger. Glaube ja. Ja. Tatsächlich bin ich nicht nur eine Aufnahme. Was? Bitte. Kommen Sie rein. Ich erzähle Ihnen mehr über die Einrichtung. Okay. Geht's hier lang? Genauso wie eine Art Arbeiterunterkunft. Ja, da müssen wir jetzt rein. Und ein Internierungscamp. Ich glaub, die geht jetzt auf die Tür. Mann, das ist kein guter Ort. Diese Einrichtung erfüllt die höchsten Standards. Das versichere ich Ihnen. Wir sind stolz auf unsere Einrichtung. Ja, guck. Jack macht die Tür auf. Da bin ich mir sicher. Ja. Oberkommando, hier ist Delta. Hören Sie mich? Roger, Delta. Was geht jetzt? Wir sind in der Einrichtung, aber es gibt ja ein paar Überraschungen. Ich glaube nicht, dass sie verlassen ist. Sie sollte leer sein, Delta. Was sehen Sie? Nicht sehen? Hören. So ein Typ kontrolliert die Sicherheitssysteme. Feindlich. Nervig. Schlingt, als hätten Sie alles unter Kontrolle, Delta. Melden Sie sich wieder. Oberkommando, 11. Da muss der aber nochmal nachdenken. So. Ja, Mann. Oh, Mann. Oh, ja, jetzt weiß ich, was kommt. Oh, das ist herrlich. Nicht die Tür öffnen. Dann kommen die ganzen Kriecher durch. Über diesem Raum gibt es noch einen. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Ich bin so interessant. Ich hab's bemerkt. Sicherheitssystem deaktiviert. So. Wir sind stolz auf die Sauberkeit unserer Einrichtung. Schmutz wird nicht toleriert. Danke, dass Sie helfen, den Hohenstand der Einrichtung zu halten. Schmutz wird nicht toleriert. Nö. Und da gucken wir die sauberer hier mal an. Ich hab hier gerade nämlich mal kurz aktiviert. Du siehst schon hier, so ein bisschen blutig. Alle so wurden von dem Sicherheitssystem ausgeschaltet. Wenn Ihnen auf dem Weg durch die Einrichtung etwas auffällt, das nicht unseren Standards entspricht, lassen Sie es uns wissen. Wir möchten Sie zufriedenstellen. Ja. In der Tat. Was zum... Warum hast du das eingeschaltet? Das hab ich nicht eingeschaltet. Das ging auf einmal an. Ich stand hier gerade, mein gelinges Teil, aber... Sicherheitssystem deaktiviert. Ah, sauber. Es wurden von hier drinnen angeschaltet. Aber wer hat das gemacht? Ne? Das waren die Illuminaten. Ja, sowieso. Die Illuminaten sind alles schuld. Eben. Au. So. Jetzt einmal den hier. Zersägen. Und dann... Ab durch. Uh. Uh. Die sind auch doof, ne? Nur weil wir sprinten, sehen die uns nicht. Nö. Sicherheit und Sauberkeit sind das höchste Gut. Meinen Sie nicht? Meint ihr das ernst? Sicherheitssystem deaktiviert. Hier durch. Oh. Weiter geht's. Perfekt. Wir sind weiter. Ähm. Die Tür ist zu. Das heißt, wir müssen sogar hier lang. Ich gebe gar nicht an. Oh ja. Da war ja was. Oh Gott. Ich will mich diese Viecher gerade abnerven. Ja, die sind schon so für sich. Boah. Einmal reingesprungen. Wir sind stolz auf unsere Einrichtung. So. Schmutz wird nicht toleriert. Ui. So lange, dass sie helfen, den hohen Standard der Einrichtung zu halten. Nein. Oh. Nervig. Warte, belebe mich noch nicht wieder. Komm, mich wieder beleben. Schnell. Jetzt bin ich sauer. Boah. Ja. Ja. Okay. So. Boah, war das heftig gerade. Ja. Ich bin nämlich hängen geblieben und sonst wäre ich nämlich perfekt durchgekommen. Markus, bist du da? Äh. Ich höre dich, Bert. Was gibt's? Die Luft ist noch rein, aber hier sieht es ganz stark nach dem schlechten Wetter aus. Roger, wir werden uns beeilen. Dummdi-dum-dum-dum. Was haben wir denn hier? Gute empirische wissenschaftliche Forschung ist die Grundlage jeder zivilisierten Gesellschaft. Das lassen wir an, das Sicherheitssystem. Wir wären Wilde ohne. Ja. Dreckige Wilde. Hier ist Flammenweffermunition. Jawohl. Weil hätten wir das jetzt nämlich ausgeschaltet, wären die nämlich alle hier durchgekommen. Und so kommen nur ein paar durch. So, mal kurz aus der Hüfte geschossen. So, und jetzt kannst du es ausschalten gehen. So, dadurch, dass du das nämlich ausgeschaltet hast, ist jetzt das hier angegangen. Und das hier können wir leichter austricksen, indem wir nämlich einfach hier durchrennen. So. Und ich brauche Munition. Eigentlich brauche ich keine Munition. Ach, scheiße, jetzt habe ich sie doch aufgenommen. Egal. Passt schon. Ja, ich habe fast voll noch. Fünf vollen Stoß. Achso, dann ist gut. Hatten die hier wohl Kriegsgefangene? Aus den Pendulumkriegen? Das bezweifle ich. Dieser Ort soll Leute fernhalten. Ja, bestimmt. Glaube ich nämlich auch. So. Mal weitergucken hier, was wir hier noch so haben. Hier ist eine kaputte Tür. Nimm den Flammenwerfer. Oh mein Gott. Wie viele sind hier? Ich habe mich gerade aus Versehen verdrückt, deswegen. Was ist da? Alles klar, raus aus dem Sturm. Wir kommen so schnell wie möglich zurück. Sprunger, Bert Ende. Bert Ende. Ja, Bert. Bert ist auch eine coole Sache. Ernie und Bert. Ernie und Bert, ja man. Wir müssen uns trennen. Einer von uns muss diese Türme ausschalten. Wo willst du dann? Ich gehe links. Ich gehe den sicheren Weg. Okay, Dom, mach dich bereit. Achtung. Die K.O.R. wollte wohl nicht, dass man hier einkommt. Ihre Sicherheitsmaßnahmen. Oh, sei nicht sicher. Das Sicherheitskonzept ist sehr verlinkt. Drei, zwei, eins. Es ist einer der App-Pfeiler unter der Schichtgeweißschule hier. Irgendwie habe ich schwere in Erinnerung. Drei, zwei, eins. Und das letzte. Es ist ja wie in einer Geisterbahn hier. Wir müssen gleichzeitig drücken. Eins, zwei, drei. Ist das hier ein riesiger Bankdressor? Ja, Mann. Boah, Alter. Mal eben so eine eineinhalb Meter dicke Wand. Von der Tür kannst du zerquetscht werden, gell? Echt? Scheiße. Ja. Geil. Ich habe mal gesehen, wie einer von den Linken zerquetscht wurde. Geil. Ist schon genial. Man freut sich, dass man die Laser überlebt hat. Und dann, bämm. Ja, und dann wird man da von diesen Dingern so zerquetscht. Ich glaube nicht, dass Sie Zugang zu diesem Teil der Einrichtung haben. Zugang, hä? Ja. Müssen wir wieder von vorn anfangen? Zugangskontrollen verhindern unvorhergesehene und unerfreuliche Zwischenrufe. Alles Reagenzglas geboten. Ja, Mann. Schließlich wollen wir nicht, dass Sie herumstöbern und in den Computer Terminals herumschneiden. Ja, machen wir auch nicht. Oder? Doch, das wollen wir. Jack! Was hat denn das Viech für einen komischen Antrieb? Ich meine, das geht oben ab. Ja. Sieht aus wie von Raumschiffen oder sowas. Ist es bestimmt auch. So Plasma-Antrieb. Ja, genau. Roger. Delta Ende. Jack, kling dich ein und versuch was rauszufinden. Vielleicht bekommen wir über einen der Turtles ein paar Informationen. Und erfahren, wo die verdammte Locust-Festung ist. Perfekt. Einmal den Hebel ziehen. Vielleicht sollte ich sie warm. Dies sind modernste Sicherheitssysteme, die mit keiner Technik umgangen. Versuchs-Walper-Check. Okay. Wir warten die Infos. Hebel. Biding! So, ich würde mal sagen. Was das für Dinger sind und was da rauskommt, das sehen wir beim nächsten Mal, oder? Ja. Eindeutig. Das finde ich nämlich ein schöner Cliffhanger. Wir lassen jetzt noch die Zähne zur Hände laufen und dann... Bastard. Rettet die Kinder, heißt es immer. In diesem Fall tun wir das wirklich. Zumindest setzen wir wirklich alles daran. Was soll das? Klingt nach Niles. Nur etwas weniger durchgeknallt. Der Weg nach Mount Kadar wird nicht einfach sein. In keinster Weise. Wir müssen nachts durch den Schnee marschieren. Vorsitzender Monroe gewährt uns für den Transport der Patienten nicht einmal Fahrzeuge. Patienten? Wer soll das denn sein? Keine Ahnung. Ich werde ein teilweise empfindungsfähiges System für die Bewachung der Einrichtung installieren. Ich will nicht, dass die Zuchtlokust gestört werden. Wir sind doch alle daran interessiert, ihr Aufwachsen zu untersuchen. Es ist mir ein wenig peinlich einzugestehen, dass das Sicherheitssystem auf meiner Persönlichkeit basiert. Doch vielleicht verleid... Jack, was ist passiert? Was war das? Nichts Gutes. An ihrer Stelle würde ich die Einrichtung jetzt verlassen. Ah, Zuchtlokust. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, was das für Viecher sind, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, beende ich hier den Part und... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.